Moin, ich bin Florian Tietze, ich bin einer der Geschäftsführer der Atenju GmbH und ich verantworte den Bereich Customer Satisfaction. Was heißt eigentlich Customer Satisfaction? Ich definiere gemeinsam mit dem Kunden die technischen Anforderungen und bleiche sie mit denen ab, was wir dann implementieren wollen. Wir organisieren dann gemeinsam ein Kickoff mit allen Stakeholdern. Wir implementieren unsere Software, passen sie in ihre Bedürfnisse an und schulen dann auch die Mitarbeiter und die User mit unserer Software. Besonders Spaß macht mir dabei, sich in die unterschiedlichen Kundensituationen hinein zu versetzen und unterschiedliche Prozesse kennenzulernen und gemeinsam zu optimieren. Das heißt auch gemeinsam einen Mehrwert zu generieren und auch über den eigentlichen Prozess hinaus zu denken. Wir bieten Digitalisierungslösungen an und da freut es mich natürlich dann besonders Unternehmen auf diesem Weg der Digitalisierung zu begleiten. Und das passt auch ideal, denn unsere Produkte TioDu und TioConnect sind ideale Lösungen, um digital zu arbeiten, um zu digitalisieren. Sie ermöglichen gemeinsames Arbeiten auf Stammdaten. Sie ermöglichen, dass Daten aus der Konzeptionsabteilung direkt digital weiter bearbeitet werden können, von der AV-Arbeitsvorbereitung, aber auch die Monteure Einblick erhalten auf die Stammdaten, digital auch Service-Mitarbeiter ihre Serviceanleitung darzulegen. Das heißt, wir schaffen hier so effiziente Zusammenarbeit. Wir schaffen eine Kollaborationsplattform. Das sind alles tolle Ergebnisse der Digitalisierung. Und was mich besonders immer freut, dass unsere Software so gestaltet ist, dass es halt Spaß macht, damit zu arbeiten. Und das passt dann letztlich auch zur Customer Satisfaction.